Möchtest du mehr Freude und Leichtigkeit in dein Leben bringen? Hast du dich vielleicht schon mal gefragt, warum du so bist, wie du bist? Die Gesamtpersönlichkeit des Menschen ist zum einen Bestandteil der genetischen Vererbung und zum anderen unseres angeborenen Naturells. Aber nicht nur das, sondern darüber hinaus, zu weit mehr als 50% wurden wir geprägt und sind beeinflusst durch die kulturelle Umwelt, unsere individuelle Biografie, all die Dinge, die wir erlebt haben und damit verbunden natürlich auch den Einfluss der Erziehung. Sicher möchtest du jetzt mehr wissen. Und dann habe ich eine Überraschung für dich. Klicke jetzt hier auf den Link oder auf den Button und schau dir das komplette Video an. Ich freue mich auf dich. Bis gleich.